Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und wie ihr schon seht, Link hat eine Giga-Chat-Transformation durchgemacht und damit werden wir heute Zelda Wars of the Wild spielen. Ich aktiviere hier einmal den Chica-Slate. So, den Chica-Stein haben wir. Was ich sagen wollte, unsere Challenge ist es, mit diesem Giga-Link zu schaffen, das Plateau zu meistern und wir müssen es zu Impa schaffen. Also wir müssen nach Kakariko gehen und das wird nicht so einfach, weil ihr seht zum Beispiel schon, hier Link ist so breit, der passt hier fast gar nicht mehr durch. Wir holen uns einfach mal das alte Hemd. Es fällt ihm auch nicht leicht, an die Truhen dran zu kommen. Oh, und dass dem Giga-Chat dann noch sein Fuß wehtut, das wundert mich wirklich. Ich gehe mal auf Untersuchen. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Link, kann der da ohne Ausdauer hoch? Kann er? Kann er doch bestimmt. Ja, kann er, dieser Giga-Chat. Äh, Link, gehst du nicht weiter? Gehst du nicht weiter, Link? Warum das denn? Link, dieser Giga-Chat, der geht einfach nicht weiter. Ich gucke mal, ob der gleich da steht. Das wäre sehr lustig, wenn er dann einfach nicht chillen würde. So, da ist der alte Mann, den werden wir knallhart ignorieren. Und jetzt wird Link plötzlich dahin geportet. Wir nehmen uns mal die Pilze mit. Ich bin mal gespannt, ob wir einen Baum hochklettern müssen, um da Äpfel runterzuholen. Oder ob wir die Äpfel einfach aus dem Stand pflücken können. Ja, wir können einfach springen. Wir können einfach springen und dann haben wir die. Er kann da einfach fast hoch. Oh, die Animationen sind sehr verwackt. Aber er kann einfach fast da hoch. Ohne, dass er da klettern muss. Ich nehme den Röster-Apfel nicht mit. Ich habe keine Lust, dass der Dut uns anspricht. Wir werden das auf jeden Fall versuchen, so schnell wie möglich zu schaffen. Also, so ein bisschen den Speedrun-Aspekt damit einzubringen. So, die werden wir mal ignorieren. Ich gucke einfach mal. Oha, ich habe ihm einfach sein Schild weggeschlagen. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber man muss auch gegnern. Ich habe das vorher einmal ausprobiert. Und man kann die Gegner manchmal gar nicht treffen, weil die so weit unten sind. Und ich bin mal gespannt, ob wir einem Leuten begegnen werden. Da bin ich sehr gespannt. Jetzt werden wir den Chica-Turm aktivieren. Da sind wir leider jetzt gestorben beim Runterfallen. Cool, cool Link, danke. Das ist gerade auch wieder nur passiert, weil der Link einfach so groß ist. Ich probiere ganz langsam jetzt runter zu gehen. Und dann lande ich schon hier. Okay, normalerweise wird das gar nicht passieren so. Ja, seht ihr? Der springt einfach fast da drüber. Okay. So, dann würde ich sagen, auf zum ersten Schreien. Link, der hat doch bestimmt noch andere Fähigkeiten, die er nutzen kann, wenn er größer ist. Ich bin mal gespannt. Besser schwimmen kann er, glaube ich nicht. Okay, das sah verrückt aus. Ich habe mir gerade übrigens die andere Kleidung angezogen. Oder erstmal überhaupt Kleidung angezogen. Okay, der war sehr schnell down. Das liegt aber nicht am Giga-Link. Man merkt einfach, Link ist viel zu groß für diese Mod. Ich werde jetzt nicht zum Monsterlager gehen. Wir wollen es ja so schnell wie möglich durchspielen. Aber kurzer Funfact. Diese Mod, die macht Link zweimal größer. Also doppelt so groß. Er kann einfach fast so. Er kann aus dem Stand auf diese Mauer hoch. Das jetzt nicht hier. Aber sonst generell schon. Er fällt auch fast runter, weil er so groß ist. Dann aktivieren wir den Schrein hier mal. Schaut euch mal an, wenn ich eine Bombe raushol. Dann geht die einfach weg, weil die zu nah an der Decke ist. Was ist das bitte? Wie soll ich das machen? Okay, wenn ich die erst dann so aufhebe, dann geht das. Müsste den Wächter, da wollte ich nicht aktivieren. Ich werde mal ganz schnell aus seinem Sichtfeld gehen. Ich werde jetzt gleich mal ganz taktisch gucken, ob da ein Blut von denen einen Bogen hat, weil den könnte ich gut gebrauchen für Windbomben. Und ich hoffe, dass ich hier überhaupt... Das könnte echt schwierig werden. Weil Link so breit ist, dass der da fast runterfällt. Schaut euch das an, der ist breiter als der Holzstamm. Der ist doppelt so breit. Ah, von denen hat keiner was Sinnvolles. Dann kann ich es auch sein lassen. Ich habe uns gerade noch so ein Chili-Gemüse da gekocht. Das werde ich gleich einsetzen. Und dann, jetzt würde ich sagen, ganz schnell zum Schreien. Hey, kurz bevor es weitergeht. Ich bin Langklo und habe für German BOTW Modding dieses Video geschnitten. Also schaut gerne bei mir vorbei. Ich mache nämlich auch Zelda und Mario Content. Viel Spaß noch beim Video. Okay, wir haben jetzt alle Schreien gemacht. Aber bevor wir uns den Paraglider holen, werden wir auf jeden Fall uns da noch einen Bogen holen, wenn wir es irgendwie hinkriegen. So, ist auch nicht so der Helle. Einen Bogen gab es hier leider nicht, aber dann würde ich sagen, let's go. Und wir haben den Parasegel. Ah, hier hätten wir auch einen Bogen bekommen. Das war eine sehr verfehlte Windbombe. Das war mal eine einigermaßen okaye Windbombe. So, das war mal eine gute Windbombe. Da hinten ist so ein komischer Sohn, der Turm. Der juckt uns aber nicht. Jetzt einfach den schnellsten Weg zu Impa. Ich bin hier bei 36 Minuten Aufnahme. Ich werde mal versuchen, den anderen Weg zu gehen. Und nicht den einfachen Weg an dem Stall vorbei und so. Ich glaube, es sind sogar zwei Ställe. Wir werden mal probieren, hier rüber zu kommen. Und ich glaube, das ist deutlich schwieriger. Vielleicht hätten wir doch lieber Ausdauer nehmen sollen. Jetzt fängt es an zu regnen. Nee, oder? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wo ist denn jetzt hier ein Wächter? Scheiße! Ich werde vor ihm einfach weg. Und hier ist noch einer. Woher kommen denn hier überall die Wächter? Bin ich jetzt hier bei Relics of the Past? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich weiß, warum man lieber den offiziellen Weg gehen sollte. Auch wenn ich recht viel Spielerfahrung habe. Aber ganz objektiv gesehen reicht jetzt einfach unser Inventar nicht aus, um das zu meistern. Diese Wächterbegegnung. Und guckt euch das Parasegel an, Leute. Er schwebt auf magische Weise. So. Ein Mann. Aber ich würde sagen, wir haben es soweit geschafft. Wir haben es als Giga-Link nach Kakariko geschafft. So, dann würde ich sagen, wir haben es zur Inventar geschafft. Danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, die auch BOTW spielen, falls es euch gefallen hat. Und abonniert gerne den Kanal und liked das Video. Danke dafür. Und dann würde ich sagen, wir haben die Challenge geschafft. Und damit, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.